So Leute, morgen startet der erste gemeinsame Workshop und heute kaufen wir noch ein bisschen was ein und bereiten noch so ein bisschen was vor und besuchen auch einmal noch die Julia Katharina und machen ein kleines Probeshooting. Und so beschissen wie das Wetter gestern aussah, desto besser sieht es heute aus. Ja, genau. Es kommt der Sommer genau für das eine Wochenende nochmal wieder. So sieht es nämlich aus. Wir sind nämlich glückliche Kinder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.